hallo ihr lieben in dem video geht es um eine anwendung von matrizen ihr habt schon mal was gesehen was das damit zu tun hat erkläre ich jetzt es gibt noch andere anwendungen von matrizen die erkläre ich mal bei gelegenheit das wird nicht in dem jahr passieren aber die sind mindestens genauso cool oder uncool allgemein geht es um wirtschaft und wir haben im wesentlichen hier verschiedene standorte von fabriken und die liefern jeweils einzelteile damit in der fabrik produkte hergestellt werden können jetzt ist es so dass es in der wirtschaft üblich ist just in time zu produzieren das bedeutet es werden große lagerstände vermieden weil das einfach teuer ist und unnötig teuer zu lagern man hat einen kleinen vorrat aber an sich lässt man sich zu dem zeitpunkt wo man es braucht genau das liefern und um das jetzt ein bisschen anschaulich zu machen und mal kurz von minecraft weg zu kommen wir haben jetzt eine kosmetikfirma und die stellen verschiedene produkte her zum beispiel lippenstift rouge und nagellack das sind die fabriken die die einzelnen gegenstände her liegen und in der anderen fabrik wird dann alles zusammengepackt und da gibt es auch vielleicht zwei oder drei produkte zum beispiel ein schminkkoffer in verschiedenen größen zb ml und xl wie genau die zahlen sind spielt keine rolle ich will nur an der stelle deutlich machen man kann da ganz beliebige verschiedene produkte einführen und man muss es nicht am beispiel von minecraft machen das ganze lässt sich auch beliebig komplex machen mit weiteren zwischenprodukten oder fabriken die sich gegenseitig beliefern aber ich hatte ein halbes jahr wirtschaft wo ich das mal dran hatte das ist jetzt nicht zielführende sind zehn minuten zu erklären den einführenden teil habe ich jetzt erklärt einfach damit irgendwie auch für die mädels klar ist wie das zusammenhängt ich benutze stereotype weil eine andere ahnung habe ich nicht ich weiß es gibt mädchen die schminken sich nicht ich weiß es gibt jungs die spielen kein minecraft und so weiter und so fort darum geht sie alles nicht es sollen einfach zwei verschiedene beispiele aufgeführt werden was haben wir jetzt eigentlich in diesem intro gesehen wir haben gesehen dass ich eine bestimmte anzahl an material hat das war fest dass ich diese materialien dann zum teil verbaut habe zum teil weiterverarbeitet habe und dass ich am ende genau zwei holz übrig hatte warum zwei holz das werden wir dann entsprechend sehen ganz kurz auch für die fanboys unter euch es bringt natürlich jetzt nichts zu sagen aber ich habe keine spitzhacke einberechnet und so weiter das ist einfach nur das beispiel komplexer gemacht und ich denke das reicht von der art und weise und jetzt ist eigentlich die frage wie gehen wir mit so einer situation um zunächst erst mal schreiben wir uns eine riesengroße tabelle da kommt hier in die spalte in die erste spalte sozusagen die rohstoffe rein und das wären jetzt stämme bruchstein und sand und dann habe ich hier verschiedene produkte gebraucht ich habe natürlich stämme und bruchstein gebraucht selber das habe ich also so gelassen wie es da war ich habe aber auch eine tür hergestellt ich habe glas produziert ich habe bretter erstellt und ich habe ein sound produziert und jetzt ist der trick dass ich mir hier rein schreibe wie viel von diesen rohstoffen brauche ich um zum beispiel einen stamm herzustellen ja hier in dem fall ist es klar ich brauche einen stamm um einen stamm zu halten und ich brauche dazu weder stein noch sand bei bruchstein ist es ähnlich simpel das sieht so aus bei der tür muss man das natürlich ein bisschen umrechnen das werde ich jetzt nicht vorrechnen das gehört auch nicht hierher im allgemeinen bekommt ihr diese matrix gegeben das heißt ich fühle die tabelle jetzt aus und ihr könnt ja mal selber überlegen wie man hier vielleicht darauf kommen könnte das ist dann unsere tabelle und jetzt haben wir nichts weiter zu tun als das ganze eine matrix zu schreiben hätte man das auch gleich eine matrix schreiben können klar hätte man aber das wäre nicht ganz so anschaulich gewesen wie das was ich jetzt hier gemacht habe weil jetzt ist klar wie die matrix entsteht das heißt die tabelle kann ich löschen und was wir jetzt noch brauchen ist unser bedarf quasi unsere bestellung die wir aufgeben und auch das können wir erstmal als tabelle schreiben wobei hier in die erste spalte die einzelnen komponenten gehören und in der zweiten spalte dann die anzahl für ein haus mit garten ich könnte jetzt hier auch wieder weitere produkte anfügen ich könnte zum beispiel sagen okay ich habe hier ein haus mit garten dann habe ich hier nur ein haus der fällen fallen eben die zäune weg dann ein haus mit keller oder was auch immer ihr da haben wollt die zahlen muss ich mir natürlich einmal überlegen in einer normalen firma weiß ich wiederum welche komponenten ich alles brauche um ein bestimmtes produkt herzustellen auch diese dinge habt ihr meistens gegeben ja und dann mache ich auch hier eine matrix draus ihr hättet das vielleicht schon erahnen können so wie ich das mir vorgestellt habe dass ich hier einen spalten vektor bzw eine 6 kreuz 1 matrix draus basteln und das ist meine bestell matrix ja und jetzt habe ich nichts weiter zu tun als r mal b zu rechnen und mir das auszurechnen ganz kurz warum funktioniert das jetzt na ja wir überlegen uns noch mal wie die matrizen multiplikation funktioniert ich habe hier den ersten eintrag mit der zahl multipliziert ich brauche eben 44 mal die anzahl an stemmen die ich für einstand brauche ich brauche 100 mal die anzahl an stemmen die ich für bruchstein brauche nämlich keine und so weiter und so fort das gleiche passiert mit der zweiten zeile unter dritten zeile hätte ich euch die aufgabe so gegeben hätte dir das intuitiv alles richtig verarbeiten können mit matrizen haben wir jetzt allerdings die möglichkeit das schön alles übersichtlich aufzuschreiben und mit einer rechenoperation alles auszurechnen ohne dass man noch mal mehr eintippen muss man muss natürlich die matrizen einmal erstellen und eintippen aber dafür spart man sich rechenarbeit ja und das ist mein ergebnis jetzt muss ich das nur noch interpretieren und zwar habe ich ja hier in der ersten zeile die stämme gehabt in der zweiten zeile die bruchsteine und in der dritten zeile den sand und das heißt ich brauche 83,5 stämme 100 bruchsteine und 8 mal sand und an der stelle wird auch klar warum ich zwei bretter übrig habe das entspricht nämlich genau einem halben stamm den kann ich nicht abbauen deshalb brauchte ich 84 stämme und hatte dann entsprechend zwei bretter übrig also quasi einen halben stamm wie ihr wisst ist die matrizen multiplikation nicht kommutativ das heißt es spielt eine rolle ob ich a mal b oder b mal a rechne und jetzt kann es sein ich weiß nicht mehr genau wie rum ich die matrizen multiplizieren muss und was am ende eigentlich dabei rauskommt und auch hier hilft das feig schema wir haben ja die rohstoff matrix mit der bestell matrix multipliziert und was hier natürlich in den zeilen stand ihr könnt noch mal zurückspulen wenn ihr das vergessen habt das waren sechs einträge waren die einzelnen produkte und die produkte standen meiner bestell matrix in der spalte das heißt die beiden müssen hier zusammenpassen sonst funktioniert es nicht und was haben wir als ergebnis wir haben hier unsere rohstoffe und hier haben wir die anzahl der einzelnen bestellungen und heraus kommt die anzahl der rohstoffe das heißt auch hier hilft das feig schema weiter und ich kann mir überlegen wie das zusammenhängt damit sollte es jetzt kein problem mehr sein sich zu überlegen wie rum ich die matrizen multiplizieren muss ich habe dafür eine weile gebraucht also auf die frage wofür kann man mathe eigentlich im leben gebrauchen genau dafür natürlich wesentlich komplexer und nicht auf so ein spiel bezogen wie minecraft und die typische antwort die ich normalerweise auf so eine frage bekommen ist ja aber herrunger das wäre ich ja niemals brauchen das stimmt aber das war ja auch gar nicht die frage bis zum nächsten video tschüss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020